Ja, los, beil dich. Bin unterwegs. Ich bin gerade gestorben, als ich dir die Rückendeckung gegeben habe. So, da rein. Wo warst du hoch? Nein. Nein. Warte, geh da rein. Warte, sterb nicht. Nein! Hallo mal wieder zu Titanfall. Wir spielen eine Miliz und ich weiß nicht welchen Game Mode, aber das werden wir gleich sehen. Mit dabei ist natürlich wieder die Hochschauer. Ja genau, Capture the Flag. Oh, Capture the Flag. Auf Karte, weiß nicht, weil ich habe gerade was gegessen. Ach so, Capture the Flag? Ich wollte jetzt gerade irgendwie Alpha, Bravo oder Shadi sagen, aber das wäre ja Hardpoint. Du bist so schlau, wie ein... Dass ich dir schon Konkurrenz mache. Wie ein... Oh, da... Oh. Biba in seinem Bau. Da, wo du gerade reingegangen bist, da wollte ich auch gerade rein und kam von hinten, und dann hat mich weggeballert. Was? Jep. Oh ja, Alter. Also... Typisch, erstreck mich nicht so. Nee, ich gehe so lang, kommt hier erstmal ins Spektrum, äh, mir genau gegenüber... Ich schieße erstmal ein halbes Magazin auf den Ruf. So, da wollte wer die Flagge holen und ich habe die erfolgreich verteidigt. Uh, hast du ja gut gemacht, Yoshi. Oh, irgendwer hat eine Flagge. Na klar, ist deren Flagge auch weg. So. Oh. Ja, hast du das gesehen? Ich stehe das gerade im... Weil ich gerade die Flagge habe. Oh, du hast die Flagge. Ich bin jetzt gerade am verteidigen unserer Flagge, also beeil dich. Oh, scheiße, ich sterbe hier gleich. Warte. Ich bin in der Nähe von... Naja, gar nicht. Oh, noch 90 Meter. Das sind 70 Meter noch. Ich muss hier hoch, oder? So. Ich habe die... Oh, ja, los, beeil dich. Ich bin unterwegs. Ich bin gerade gestorben, als ich dir Rückendeckung gegeben habe. So, da rein. Oh, ist sie hoch? Nein. Nein. Warte. Geh da rein. Warte. Sterb nicht. Nein! Fuck, ich habe selber noch eins geworfen. Fuck. Nein. Du warst gerade da, ey. Ich war gerade da. Ich war hinter dir. Du hättest warten müssen. Ich hätte ihn sonst gekillt. Er hat mich ja gekillt. Hallo. Ja, ich war doch hinter dir. Dann hätte ich beide Flaggen einsammeln können. Aber der war... Ich wäre zwei Sekunden schneller. Oh, Mann, ey. Oh, ich dachte... Gibt es doch nicht. Oh, okay. Ausschalten. So. Yoshi. Es ist gerade wichtig, dass du ausschalten, ne? Ja. Ich bin so gut. So, ich habe mein... Ne, weißt du, es ist... Das Beste ist ja immer noch, weil du dich selber killst. Also, das ist unfassbar. Nein. Aber... Ja, da. Kill den. Ich habe meinen Titan. Hab ihn. Ich bin zwar selber gestorben, aber ich habe ihn. Von daher passt das. So, nein. Auto Titan kommt zum Verteidigen, ja. Ich brauche noch 40 Sekunden für meinen Titan. Oh, oh, oh. Du, Spasti, ich stirb jetzt. Nein, der ist hinten rausgegangen. Oh, er ist ja im Titan. Der ist im Titan drin. So, warte. Ich gehe auch in meinen Titan rein. Bist du irgendwie in der Nähe von mir? Ne, ich versuche ihn gerade zu killen. Er ist schon ungefähr halb Schrott. Auf mich raufgetreten. Ich höre jetzt auch mal einen Titan. So, schnell hinspringen. Ich habe Titan-Totgewalt. So, stirb. Super geil. Oh, Leute, lass mich jetzt noch mal in Ruhe, du kleiner Spastier. Oh, ich schieße gerade so auf den und dann kommt der hier an. So, weißt du was? Ich nehme jetzt noch mit in den Tod. Oder auch nicht. Meine Fresse, ey. Weißt du, nee. So, ich hole mir jetzt auch die Flagge. So. Oh, hier. Pua, 1989. Jetzt hat er die Flagge halt. Deine Noten, ich weiß. Dankeschön. Stufe 8, das ist doch super. So, ich bin jetzt auch noch einen anderen Titan drauf. So, los. Oh, er hat unsere Flagge. Er stirbt. Ach, du scheiße, er hat einen Titan. Kann ich nichts machen. Nein. Er hat jetzt noch einen Titan drauf. Seit wann auch aufgehend, aber ich kann jetzt nichts groß machen, ne? So, mein Titan. Ich habe die Flagge. Wir brauchen unsere unbedingt wieder. Ja, aber ich glaube, der ist schon wieder in seinem Titan drin. Ich weiß, aber wir brauchen unsere Flagge. Also, wir brauchen unsere Flagge. Tu alles. Ja, okay. Ich beeile mich so schnell und gehe zu dem Punkt, wo die die Flagge abliefern. Irgendwann muss er ja ausschneiden. Nein, fuck. Alter, aber guck mal. So schnell kann das gar nicht gehen. So gut kannst du gar nicht zielen. Das ist doch ganz im Ernst. Ja, so. Ich habe die Flagge und bringe sie zurück. Super geil. Super geil. So. Ist er eben für ihn gerade. Nein, boah. Ich bin tot, aber ich habe die Flagge zurückgebracht, also. Fuck, Mann. Ja, ich bin auch tot von da. Vor allem, ich gehe zu dem Punkt. Oh, Mann, und dadurch bist du jetzt erster. Du kleiner Hurensohn. Du hast ihn viermal zurückgebracht. Ja, natürlich. Aber ganz im Ernst, wirklich. Ich glaube schon, dass du Fleck bist du gut. Da bist du immer erster, wenn nichts weiter. Hinter dir. Vor allem, ich bin... Der ist ja in seinem Titan. Haut schon ab. Was mache ich? Ich wurschte mich da so schnell wie möglich durch. Und gelange so zu dem Spawn. War geil. Achtung, jetzt ist ein Titan. Irgendso? So. Ich kann meinen Titan holen. So. Oh. Oh, ich hätte jetzt so gelacht, wäre eben gerade gestaumt und ich wäre durchgerannt und hätte es zurückgebracht. Das wäre geil. Oh. Gewesen. Nein. Okay, ausstieg ich da. Kannst du deinen Titan holen? Also, mach das noch nicht. Äh, ich hab... Oh, scheiße. Oh, der kriegt gerade irgendwie durch irgendwas richtig krassen Schaden und ist jetzt kaputt. Weiß nicht, wie man so kranken Schaden bekommen kann. Also, wirklich, der Titan hatte richtig übel Schaden. Oh. Nein, ich will nicht auf dich rauf, Alter. Ich will die scheiß Flagge haben. Wo bist du denn? So, ich bin in meinem Titan drin. Achso, du meinst nicht mich. So. Boah, Mann, ey. Ich hab ihn doch noch zu Fuß bekommen am Anfang. Gibt's doch nicht. Boah. Nein. Boah, Junge. Hm. Okay. Komm ich hier irgendwie an den Rand? Da ist er. Mann, warum krieg ich den nicht? So. Bringt irgendwie die Flagge zurück. Die stimmt zurück. Josh, ich komm zu dir. Du hast noch 28 Sekunden. Ich kaffst das. Nein. Nein. Nein, ich bin gestorben. Geht da hinten rum? Geht da hinten rum? Ja, äh, nee. Hab ich nicht gesehen. Er war auf jeden Fall in einem Titan drin. Okay, dann hab ich ja eigentlich keine Chance. Kann man ja echt zu zweit drauf springen? Nö. So. Oh, Scheiße. Boah, Mann. Scheiße. Das war's. Halbzeit. 1-1 wurde. Da kann sich jetzt alles ändern. Wir warten jetzt. Wir verteidigen so lange. Und dann machen wir mit Titan-Taktik. Okay? Also hingehen. Titan-Taktik. Hingehen. Titan-Spawn. Reinsetzen. Und dann damit zurück rein. Gut, machen wir. So gesagt, gibt der eine Schutz, der andere hat dann und beide sind Titans. Also kann so ein normaler Pilot nichts ausrichten. Ja, aber ich nehm dann immer die Flagge, ne? Weil dann krieg ich ja die Punkte. Ach so läuft das? Ne. Okay. Aber umgekehrt, ne? Wir können uns abwechseln. Abwechseln. Ja. Aber ich darf einmal mehr. Okay. Mach mal. Ja, ich hab ja so mit, ich hab ja so jetzt schon ziemlich viele Punkte. What the fuck? Ich bin gut. Ich bin besser. Äh. Wo schießt du? Ah, da. Diese KMP ist schon ziemlich genau, also. Hat was so einer Sniper irgendwo? Das muss man echt mal gesagt haben, weißt du. Bin ja gerade so ein bisschen am Sniper mit der KMP. Okay, Piloten hast du jetzt dreimal auch schon aus, aber. Was? Du hast meine Flagge? Ja. Nein, also. Nein. Ja. Anderer. Oh, ne. Von hinten kann er. Ja, ist super. Wenn du die Flagge hat, dann wird man ja überall gesehen. Also erneut erobern. Oh, war das gerade knapp, Alter. Nur so ganz kurz. Horrorflagge hab ich hier gerade eingekillt. Oh, hier liegt immer ein Speck dran. An der gleichen Stelle. Und ich denke mir dann immer so. Ich bin bei der Flagge. Ganz im Ernst, ich kämpfe jetzt. Jetzt kann ich so weitergehen, dass ich dir fast gewinne. Also was mir nochmal echt fehlt. Wo sind die jetzt hin? Ich kann mir jetzt aber auch nur diese eine Runde, weil ansonsten ist er langweilig, ne? Campen ist ja doof. So, ich hau ab. Bitch. Das war geil. Was ich nochmal geil finde. Das war wirklich geil. Geil finden würde. Wow. Wäre, äh, so liegen. Wie in Battlefield. Oh. Weißt du wie in Battlefield? Und, dass man sich hinlegen kann. Ach so, ja. Das war ganz geil. Oh Mann, ey. Oh nein. Ich hab die Flagge nur einmal verteidigen können. Der ist die ganze Zeit rumgewandert, ey. Was ist das denn für ein Po? Hier runter? Ach, der hat nicht gesehen. Er hat sich geschossen. Aber super. Ich hab einen Titan. So, ich noch nicht. Äh. Verrecke. Ach, der hat, der ist in einem Titan. Ja, super. Ja. Heil. Warum? Steig doch ein. Dankeschön. So. Ausschalten. Da hinten. Turn off the music. Music, music. Nein, oh. Ja, ich weiß, dass es don't stop ist, aber. Nein. Aber, nörst du. Nein, aber auch so. Dreifach, Dings. Wenn ich gerade so mit dem Leben davon komme, dann ist der so ein Kacke Elektro-Rauch und ich rast. Ränder erstmal rein. 5000 Volt und er schfunkelt in sich. Elektro-Rauch, Elektro-Rauch. Oh nein. Ah. Im Ziel führt mit einem Punkt. Der hat eine Todgeweiht, wurde zu der Autos gestaltet. Ich gehe einfach direkt durch den Haupteingang durch. Ein Haupteingang. Ja. Haupteingang. So, ich habe meinen Titan jetzt irgendwo geholt. Irgendwo. Irgendwo im Nirgendwo. WTF, da waren Titan und der hat da direkt drauf geballert. Wie, jetzt auf der Flagge oder was? Ne, ich bin da gerade durch den Eingang reingegangen, stand da ein Titan am anderen Ende und ballert sich da drauf. Ja, egal. Ich finde auch gut, diese Seilbahn. Ja, ne, die haben was. Ah, ja, ne. Wo habe ich meinen Titan? Oh, mein Titan kriegt Schaden, der ist der Schrott. Ah, meiner habe ich den Schrott. Ja, geh hinten raus. Komm hier. Ja, geht doch. Ich wollte schon wieder auf den Ruf schießen, weißt du? Okay, scheiße. Du bist ein Sidewinder, aber was hast du für eine Waffe? Ich habe gar keinen mehr, aber ich bin tot. Ja, nein, ich bin auch tot. Ich hätte auch einen Sidewinder, aber... Was sollst du zu dritt gegen zwei Titans machen? Na, zu zweit, weil der dritte macht ja nichts. Hm? Gehen wir zur Flagge? Und hier gehe ich erstmal rauf. Los. Nein. Ich habe gerade einen Kill gemacht. Ich habe gerade einen Kill gemacht. Erstmal hier das schöne Geschütz holen. Weil das bringt Punkte, 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 Punkte und... Ne Elektrogranate. Genau. Äh, hi. So, ich bin schon wieder auf den. Ich putze nur. Ich will euch nichts Schlimmes. Hä? Boah, Junge. Fick dich. Scheißspiel. Ah, ne, steht einmal so genau am Rand. Ich will exekutieren, ne? Lol, war das mein Titan? So, los. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Okay, das Modell kenne ich doch. Los, mach. Ich wollte ihn gerade so exekutieren, ne? Und was mache ich natürlich? Ich springe vorbei. Genau. Ich springe vorbei. Weil der so nah an der Kante stand. Das war so richtig geil. Ja, so richtig. Hätte man noch gekillt. Stolz auf sich sein. Hm? Oh. Kamerad. Ruhe in Frieden. So. Na, 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 na. Achso, hier. Ist hier gerade. Nicht. Na, okay. Titan ist gerade richtiger als ein scheiß Pilot. Auch wenn die Piloten natürlich was richtig heftig auf Eier gehen können, wenn sie dann natürlich hier mit dem Odeo ankommen. Genauso wie es halt Titan ist. Die gehen wir auch immer auf Eier, weißt du? So, euch fick ich jetzt ins Arschlauch. Oh nein, KMP gegen mich. Hey, du hast auch KMP, oder? Nee, ich hab die nicht. Nicht? Ich bin gerade... So. Ich hast ihn. Nein. Ich hab die, äh... Nee, ich hab die andere. Diese, dieses Maschinengewehr oder was das auch immer ist. Das Gewehr? Ach, weiß ich doch nicht. Mit dem selben Modus? Nein. Ich habe die Kompakt MP. Ach so. Ja, die ist auch nicht schlecht. Ja, ich bin ja in der zweiten Generation, da bin ich ja auf Level 0 zurückgesetzt worden. Ah, okay, also hast du dann auch nicht die Waffen? Nee, gar nichts. Oh, das ist ja kacke. Ja, gar... Level 0, ganz. War eigentlich ganz gut geregelt, weil du hast ja mehr Schaden, haben wir jetzt auch herausgefunden. Nee, mehr Schaden machen wir nicht, aber... Mehr Punkte meine ich ja. Mehr Punkte? Man hat einen Multiplikator, mit dem das Ganze mal genommen wird. Genau, mehr Punkte. Äh, und... Ja, ansonsten hätten sie halt noch 80.000 Waffen mit reinbringen können, die du dann halt ab Level X bekommst, ne? Ey, warte, ich will auf mich... Oh, Mann, oh. Brage 99, warte. Warte, während ich das Schütze einnehme. Während ich unsichtbar bin. Ich gehe mal zu dem hin, der die Flagge hat. Wer hat denn die Flagge? Ach so, der da. Eskortieren, oder? So, ich bin nur so hier. So, Flagge zurückgebracht und Flagge holen. Ah, es dauert noch 30 Sekunden, bis ich meine Flagge habe. Aber so. Titan, bereit. Ich habe auf jeden Fall die Flagge und werde nicht mehr sterben. Nee. Ach so, unentschieden. Oh, geil. Ja, mein Titan. Das heißt, letzter Punkt entscheidest. Äh. Genau. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre so. Oh. War doch unentschieden. Wäre ich so mein? Leid nicht. Ich bin wieder vor dir, das ist ja noch besser. Ja, weil du ja das auch voll gut kannst, gibt es ja so Flag. Irgendeine Flagge zurückgebracht. Fünf. Warte. Nee, das muss mir noch. Jetzt konnte ich nicht sehen, was ich für Punkte gemacht habe. Kann ich das nochmal sehen? Äh, eine Aufnahme. Ja, super. Ich habe den Schalldämpfer für uns. Streufeuer. Und das Longbow. Und Pilotentaktikfähigkeit. Freigestaltet. Ich laber schon wieder zu viel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da bleibt noch. Davor noch zu sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so. Pipapo. Beim nächsten Mal vorbei. Es könnte immer noch Abo geil sein und sowas. Aber nein, das sind wir nicht. Abonnieren, favorieren, Daumen nach oben. Das Ganze nur aus Spaß. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann. Tschüss. Tschüss.